Auf ein Stück Kuchen kann doch keiner Nein sagen, oder? Vor allem, wenn es um Käsekuchen geht. Heute habe ich einen klassischen Käsekuchen mit Erdbeeren für euch. Sehr, sehr lecker und ganz einfach gemacht. Und passend zur Erdbeerzeit darf so ein Kuchen natürlich nicht fehlen. Für den Mürbeteig brauchen wir kalte Butter, ein Ei, Zucker, Mehl und Backpulver. Aus diesen Zutaten einen Mürbeteig kneten und diesen dann gleichmäßig in einer mit Backpapier ausgelegten Springform verteilen und bis an den Rand etwa 3 cm hochziehen. Ich mache das meistens so, dass ich den Teig ca. 1 cm dick auf einer leicht bemähten Arbeitsfläche ausrolle, dann mit der Springform den Boden aussteche, diesen lege ich dann in die Springform und mit dem Rest decke ich dann den Rand ab. Anschließend mit einer Gabel mehrmals den Boden einstechen und diese Form dann für mindestens 30 Minuten kühlstellen. Am Ende der Kühlzeit den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhütze vorheizen und in einem Backofen geeigneten Behälter Wasser auffüllen und diese dann in den Backofen auf den Boden legen. Dieser Schritt verhindert, dass der Kuchen reißt. Für den Belag Quark, Mascarpone, Zucker, Vanillepuddingpulver oder Speisestärke, Vanilleextrakt oder Vanillezucker in eine Schüssel geben und sehr gut verrühren. Anschließend das Öl, die Milch und die Schlagsahne ebenfalls unterrühren und zum Schluss die Eier unterrühren. Dann ist die Masse auch schon fertig und diese kommt dann natürlich auf den Teig in die Springform. Dann kommt der Kuchen von unten auf die zweite Schiene von dem Backofen und wird ca. 75 Minuten gebacken. Nach der Backzeit den Ofen ausschalten und die Ofentür halb öffnen und den Käsekuchen darin mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend rausholen und für ca. 5 Stunden oder besser über Nacht kühlstellen. Nach der Kühlzeit den Kuchen aus der Form lösen und anschließend in Stücke schneiden oder den Kuchen ganz lassen. Die Erdbeeren könnt ihr dann direkt auf den gesamten Kuchen verteilen oder beim Servieren auf die einzelnen Kuchenstücke geben. Für die Erdbeersauce brauchen wir Erdbeeren, etwas Wasser und Zucker. Dafür die Erdbeeren mit dem Wasser fein pürieren, dann den Zucker hinzufügen, sehr gut verrühren und auf mittlerer Hitze etwa 7-8 Minuten aufkochen, bis eine dickflüssige Konsistenz entsteht. Dann den Käsekuchen mit der Erdbeersauce garnieren. Hierbei könnt ihr die Soße auf den gesamten Kuchen geben oder wie gesagt auf die einzelnen Kuchenstücke. Und ja, für die Deko habe ich dann noch zusätzlich einige Minzblätter verwendet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ausschau. Musik 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 Vielen Dank.